moin moin meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge battle ride zusammen mit dem scroll und ja wir starten in unser erstes ranked game ich weiß noch nicht ob das eine gute idee ist wir werden sehen am ready wir spielen gegen jade und keine ahnung als sie kann irgendwelchen wasser magie daran erkenne ich mich noch richtig und es war es dann auch versucht zu sneaken sofort ein erster ist hier bei mir hier bei mir habt ihr silenced okay die kann auf jeden fall sein jetzt mit gesetzt kugel kommt das ist nicht mehr der damage meine ultime hier aufnehmen auf den support und kd ist weggetaucht support geschiebt super hast du erst dann guter der match zu weit weg die kugel ist wieder was ich hätte auch beinahe gesniped aber silenced ja das war die ulti die chasen mich ich muss gerade ein bisschen abhauen ich wollte auch irgendwie oh gott die hat mich ins oh gott stunt wo ist denn live hier ist live fuck die rennt weg alter das uncool gewesen ja mehr oder minder ja ich habe sie gegen gestalt ich habe ein bisschen wenig leben fällt mir grad so auf das war gar nicht das gibt es noch nicht wo seid ihr nein ich habe zwei gute hits gesetzt ah fuck it alter war aber ganz schön close hey ich glaube wir standen zu sehr gesplittet das war das problem du hättest auf mich schießen können zum hielen außerdem fällt mir grad so ein ja aber wie gesagt dafür standen wir auch zugespielt das war wir müssen uns echt noch ein bisschen besser koordinieren ja aber ich finde trotzdem wir hatten eine relativ gute com wir haben sie doch ganz schön rausgespielt also ich glaube wir müssen halt echt aufpassen die die ding kann sich wenn sie sie kann sich so weg tauchen irgendwie wenn sie so eine blubbel um sich rum macht taucht sie danach weg ja da kommen sie und jetzt schon wieder da bist du oh die meinte ich aufpassen nicht treffen lassen nicht treffen lassen ja ja alles gut oh was oh uncool ja mal die die blubbel mal nice der jade war nicht eingeschenkt nein gut die hielt die ganze zeit nur die tor geschiebt ach come on jade geschiebt gestunt nein close hier mich hier mich hier mich nice nein unterbrochen aufpassen nicht nicht so hergehen die ist aber halt echt low ja ich weiß ich weiß ich weiß aber die ist auch down nice huuuu oh was was wie hat sie den denn bekommen ja die hat durch mich durch die hat so ein split schoss wie bmf warte mal wo bin ich fuck ich seh mich nicht ja du wirst gefressen oh das war ein harter hit oh junge da kann ich dir nicht helfen ja ist doch egal oh egal würde ich jetzt nicht sagen nice schöne runde oh alter hätte ich mal gesagt da habe ich ein bisschen den damage ausgepackt ein bisschen ein bisschen ein bisschen oh das ist halt gut ok leute ok ok jetzt gehts rund jetzt wird wieder in die hände gespuckt wir steigern das bruttosozialprodukt ja 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 jetzt wird wieder in die hände gespuckt hab ich ja ich auch nochmal damage steht drauf oh alter der damage ich weiß nicht ob ich was geschiebt habe ne hast nicht nice schön alter was war das für ein play alter godlike lucky ne ne skill jade geschiebt jade gestunt alter der damage ach du geh nicht zu ham ne ne ja die kam zu mir da konnte ich viel machen nehm die andere kugel ach so naja hehehehe das knife das knife war real einfach nur die jade die jade low links von dir ja aber ich mach erstmal oh nein ich bin gestern nicht zu aggro jetzt gehen ne ne da ist das dann geschiebt mach sie weg nice ja jawohl nice schöne runde alter rank ist gleich nochmal eine ecke intense alter ja ich hab es echt ein bisschen im gefühl alter ey ich nehme mir mit facecam auf und ich glaube fast ich sitze hier schon wieder der nächste selbe game mit offener fressen sofort ja ich hehehe das ist bei mir glaube ich nichts anderes hehehe es war dass ich grinst nebenher noch immer so dümmlich hehehe hehehe ok los gehts so wieder den starken Schiff ok jade hat sich unsichtbar gemacht hat nen schuss gedodged alter das war super beide geschiebt Perl ein eingeschenkt ah verdammt hm treff ich nicht Achtung ah fuck oh sogar noch gehittet hab's hitte die jade hammer aufpassen äh nice schön ah das war dann damage nein oh bitch Achtung Ulti boah ich bin noch gedodged ich hab sie gesilenced gezer gut gut Hoho. Die ist super low. You're done, bitch. Buuu. Piu, pu, 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 pu. Piu, pu, pu, pu. Victory. I have a pushpuls. Er war minimal. Wow. Okay, Runde 1. Verloren. Runde 2, dann wieder aufgeholt. Runde 3, hart gerult. Und Runde 4, der Sieg. Boah. Achso, warte, ich muss Match für Manuel verlassen. Okay. Leider, das war... Intense. Ich habe eine Silbertrower erhalten. Mache ich jetzt erstmal auf. Ja, DJ. Öffne. Alles klar. Na, rare. 500 Tokens. Oh, noch was so rare ist. Shifu. Eine seltene Pose. Weil ich Shifu so viel spiele. Ich weiß nicht mehr, wer Shifu ist, wenn ich ehrlich bin. Okay, schnell ein Schlückchen, Sascha, und dann geht's weiter. Alles klar. Also ich bin schon bereit, kannst du auch schon mal drücken. Jo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wird mit einem Match verbinden. Alles klar. Gutes Deutsch. Bei mir steht... Oh, die ist richtig asozial. Die habe ich jetzt letztens, habe ich die gesehen, in einem Video. Die kann schon einiges machen. Da musst du aufpassen. Naja, die sagt mir gerade überhaupt, nix muss ich gestehen. Die Freeze teilt ziemlich hart. Okay, was nimmt der zweite? Dann nimmt er wieder der Fish. Okay, die haben zwei Damage-Dealer. A lot of Damage. Da müssen wir aufpassen. Viel Dodgen. Viel Dodgen ist bei mir nicht. Aber, ja. Wobei, doch, ich kann mich auch selbst mit meiner Q rausholen. Doch, eigentlich ist sogar sehr viel Dodgen bei mir. Alter, ich habe halt echt Puls bei dem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist deutlich komprimiert, als LOL. Und schnell auf den Punkt gebracht. Ja, da musst du halt nicht lange farmen oder so, sondern da geht es direkt immer auf die Fresse, hey. Das habe ich tatsächlich heute in meinem Video auch gesagt, dass das ist eigentlich wirklich ein MOBA, so wie man es als MOBA bezeichnen würde. Hier, Multiplayer, Online-Battle-Arena. Weil LOL ist jetzt theoretisch nicht ein MOBA für mich. Was, Junge? Zerbergst du? Oder wie würdest du da tendieren? Was? Ist das wieder dieselbe Map? Nicht ganz. Doch, ich glaube schon, doch. Nee, ich glaube, es ist eine andere. Okay, ich versuche wieder meinen Play, okay? Ich stehe in defensiv erstmal. Macht nichts aus. Habe ich, glaube ich. Die eine hatte auf jeden Fall... Oh, ein gutes Patch-Up. Hey. Ich habe sie gesilenced. Oh, warte mal, da war der Ding schon. Fuck, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, die eine kann auch schielen. Das... Aua, 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 aua. Ich bin gechillt. Alter, boah. Äh, komm, 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 komm. Nein, nicht getroffen. Oh, Gott. Lol, Alter. Da bist du ein bisschen sehr heimgegangen. Äh, sagen wir es mal so, die hat mir mit einem Spell, hat die mir 31 Damage gemacht. Gut, genau, Danny. Oh, das ist ein guter Job. Oh. Easygoing. Wieder halt einfach noch so gut wie keinen Damage. Guck mal, du machst mit einem harten Hit machst du 28 Schaden. Die macht 33. Okay. Warte, 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 stand da gerade was von... Ach, die heißt so. Pulsfeuer Cake nenne ich. Ich dachte gerade, warte, sind wir hier in Lul oder was? Ja, 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 ja. Okay, Sascha, also der Plan. Langsam spielen, versuchen einen zu picken und dann fertig zu machen, okay? Mann, das ist jetzt relativ passive, okay? Versuchen den Orb vielleicht zu kriegen im ersten Fight. Ist schon wieder. Ich habe den ersten Hit gesetzt. Der Orb erscheint. Jetzt. Da hat er sich geportet. Wir spielen das über die Ultima runter. Ja, ist hier ganz oben bei mir. Hier hinten war er. Da sind sie beide. Aufpassen. Oh, 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 oh. Good job. Mein Spell macht ein bisschen mehr da mit. Achtung. Oh, 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 oh. Ah, fuck. Oh, Gott. Obwohl die die flame wall die hält es einfach komplett ab aufpassen Der ist geschiebt, der ist nicht geschiebt, wie ist der rausgekommen Nein, Alter, so close Alter, wie viel Damage die einfach macht Das ist nicht so gut Alter, wie viel Alter, gute Arbeit, der Port war wichtig Das ist halt so krass, wie viel Damage einfach der Typ macht, der kleine Ja, ist in Ordnung, Kollege, Alter, Vater, da mach ich überhaupt nichts Aber sie hat halt einfach den intensen Burst einfach nur Ja, da wurde ich zu früh rausgenommen, leider, das war mein Fehler Oh, den Damage macht der Rode, also der Feuer-Dude Finde ich jetzt tatsächlich gar nicht Guck dir mal die Damage-Kraften an Wie kann ich mir den angucken? Tab Ja, Tab ist kein Damage-Kraft, er ist bei mir Aber da siehst du trotzdem den Schaden Oder siehst du, dass der Feuer-Fatz-Dude nicht mehr Schaden gemacht hat als sie Ja, wow 200, das ist nicht so arg viel Ich glaube, wir müssen es wirklich so langsam machen, wie wir es gerade eben angegangen haben Das war schon gut Schön gucken, dass wir langsam Picks setzen Nein, nimmst du nicht Ach komm, als ob du mich triffst Vorsicht, ich will auf einmal ganz außen rum Mach das langsam Alter, jo, was Was, 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 der hat Guck mal, wie viel Leben ich schon wieder habe, alter Der hat mir einfach viel Schüsse in die Fresse gehauen Oh Achtung Der kann einfach die Der kann einfach seine Sachen aufladen Das ist mega ätzend Der Silence Bin gestunnt Jetzt kann ich auch noch stun, alter, das gibt es ja wohl nicht Ich hab, meine, ich hab nix ready Ah, ich bin so gut wie tot Ja, ich komm nicht weg, ich bin Ich, der Stats, der, ich bin unsichtbar, das hat zu fällt und nämlich bin tot Alter Der Escape Okay, nevermind The Dead Boah, Alter, die treffen halt echt harte Boah, ist das ätzend Na, haben vermutlich ähnlich den Chat an Oh, haben sie doch Ja Ich hab so viel Damage einfach nur kassiert, hey Na ja Gut, liebe Leute, das war dann die erste Runde ranked Beziehungsweise die erste Folge ranked Ein Sieg an der Niederlage Ist okay Kann man mitarbeiten Kann man mitarbeiten Ah, das sind Smurfs, Alter Das sind safe Smurfs Das sind Smurfs auf jeden Fall Mal gucken, ob man in der nächsten Folge vielleicht mal einen anderen Champ auspackt Wer weiß Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao, ciao Tschüss 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 Vielen Dank.